Auswechseln eines Dams Öffnen Sie die Austauschplatte der Dichtung und trennen Sie die Luftleitung vom Luftventil. Lösen Sie die Dichtungen auf jeder Seite der Barriere. Nehmen Sie das Luftventil von der Unterseite des Rahmens ab und entfernen Sie die abgenutzte oder beschädigte Dichtung. Legen Sie eine neue Dichtung aus. Stecken Sie die Dichtung durch das Loch am Boden des Schrankenrahmens. Schließen Sie die Luftleitung wieder an die Leitung des Luftventils an. Und klemmen Sie die Dichtung auf jeder Seite der Barriere fest. Achten Sie darauf, dass der Clip einrastet. Bringen Sie die Ersatzplatte aus Stahl wieder an Ihren Platz an. So einfach ist das. Damm Easy Hochwasserschutz. Einfach leicht gemacht. Damm Easy Hochwasserschutz. Einfach im Baben.